Ich helfe Ihnen! Ich helfe Ihnen! Ich helfe Ihnen! Ich helfe Ihnen! Moment, ich will mal gucken. Soll ich da oben bleiben? Ich gehe durch den Keller. Okay, da komme ich nicht lang. Verdammt. Ich dachte, man könnte da unten durch, aber ich glaube, das ist erst später der Fall. Auf jeden Fall haben wir so erst mal Munition sammeln können. Einen Moment. Nur einen Moment noch. Dann ist das... Runter. Okay. 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 Gut. Ja. Durch da. Lass mich durch. Wir müssen jetzt auch gleich ganz doll aufpassen, weil... Es kann jederzeit passieren, dass wir so richtig schön gepackt werden. Von oben. Von oben. Von oben. Lass mich durch. Wuh. Ja. Dann wäre es. und ist auf jeden fall weil wie gesagt die greifen auch gerne hier nach unten durch da zum beispiel das wird ein richtig nettes spielchen hier hier müssen wir lang da ist der nächste da da ach wir müssen sogar hier lang dann will ich hier noch nicht lang aber irgendwo wir müssen aber auch da hängen können ja mal gucken da lang was ist wenn wir hier jetzt bei der leiter gucken das will ich jetzt nicht riskieren dass da irgendeiner jetzt die schausse hat uns auf die nutze zu hauen die 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 Aber das wird ein Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Die Leiter lassen wir mal runter. Und dann gehen wir auch ganz, ganz schnell hier hoch gleich. Ah, siehste, hier war diese verschlossene Tür. Gut. So. Oh, mach hin. Ich weiß nicht wie, aber ziehen Sie es raus. So. Oh, mach hin. So. So. Okay. So. 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 So, wir sollten ganz klar beiseite. Okay. Wo ist die zweite B.O.B.? Ich gehe mal hier rein und trau mich mal, den ein wenig auf die Mütze zu hauen. Ich dachte, hier wäre einer. Warte, das können wir auch, oder? Nee, das können wir gar nicht. Jake kann das anscheinend nur. Okay. Auf jeden Fall ziemlich interessant, dass... Was uns das so schwer gemacht wird. Okay. So, jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir da hinten überhaupt mal hinkommen. Scheiße, jetzt muss ich hier wieder hochkommen, irgendwie. So. Da oben. Wo sind wir denn jetzt? Was? Ach, wir sind hier. Oh, das... Ah, das ist leichtsinnig. Das ist nicht nötig, das ist leichtsinnig. Hier hinten könnten wir noch einigermaßen gute Karten haben. Aus Süßigkeiten. Das ist natürlich nicht nötig. Dann wird's jedenfalls noch einiger B.O.B. Ich bin hierher. Das Geretter ist direkt für die 다 agora vor. Polizu. Ich bin hierher. Die von Polizu. Das Geretter ist direkt für die Liegestzeit. Und jetzt Auch noch einen Stick drehen, ey Mann Ich glaube es nicht Lass mich hier hoch Der 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 3 also ein geschützt weniger um bringt das denn was wenn ich hier eine landgranate werfe bringt anscheinend gar nichts ha Ah